Emily, was für Nummern hast du bekommen? Oh, 2211, 6012 und 4440. Warte, 4440. Warum kommt mir diese Nummer so bekannt vor? Warte, das ist meine Nummer. Welche davon wirst du wählen? Ich kenne keine davon, also vielleicht die letzte? Ähm, hi, ich finde die zweite Nummer, die klang richtig gut. Ich habe nicht mit dir geredet, Patricia. Nein, 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 ich weiß, aber ich habe zufälligerweise mitbekommen, dass die zweite Nummer die von Amelie ist und du hast Amelie. Nein, ich will sie nicht, ich will diese Nummer hier. Was, nein? Ups, da habe ich wohl Frau Schnabelsack gewählt. Oh mein Gott. Sie ist tot. Endlich, kein Mathe mehr. Nein, 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 nein